hallo und herzlich willkommen zurück zu eu ja es gibt einige sachen die sich verändert haben seit dem letzten mal und zwar haben jetzt hier eine road map im menü da könnt ihr dran sehen was alles noch bearbeitet wird sprich was die entwickler demnächst noch alles verändern werden dann gibt es eine epilepsie warnung die gab es vorher noch nicht ist mir aufgefallen finde ich gut und richtig und wichtig wollte ich auch noch mal kurz erwähnt haben was ich auch ganz gut finde dass die settings jetzt ein bisschen mehr hier hervorgehoben werden weil man guckt schon so ein bisschen flach drauf da ist es schon ganz gut dass das dann ein bisschen animiert ist da kann ich euch dann auch direkt etwas zu sagen nämlich wenn ihr in die settings rein geht dann könnt ihr jetzt den sound einstellen der starte zum einen viel niedriger also nicht so laut wie am anfang und ich habe ihn jetzt mal absichtlich auf zwei prozent gestellt ich muss das noch mit der aufnahme ein bisschen testen bzw ich habe eben schon ein bisschen getestet und ich denke zwei prozent ist das beste bei drei prozent war es wieder ein bisschen laut mit meiner also meine stimme war dagegen zu leise und da das alles in einer tonspur aufgenommen wird bin ich da ein bisschen vorsichtig ich taste mich da so ein bisschen von video zu video ran ja das wollte ich euch im endeffekt nur mal kurz gesagt haben es gab noch einige andere änderungen die gemacht worden sind die sind aber hauptsächlich auf das spiel bezogen gewesen ihr könnt euch das natürlich gerne in den patch notes auch noch mal alles durchlesen eine kleine sache privater natur ich hatte ein kleines problem ich hatte nämlich den rechner neu aufgesetzt einige wissen sicher schon dass ich mir nur ein rechner geholt hatte und alles funktionierte nur das spiel selber ging irgendwie permanent auf linken bildschirm an und wollte nicht auf dem mittleren bildschirm falls ihr das gleiche problem mal kriegen solltet dann kann ich euch nur den tipp geben dass ihr jetzt muss ich mal im schauen shift die windows taste und den pfeil nach rechts oder links drückt um euer bild im prinzip auf den auf die entsprechende seite rüber zu rücken also wenn ihr die falltaste nach rechts rückt und es steht jetzt im linken bildschirm dann wird er eins nach rechts geschoben vom bildschirm her klappt wunderbar bin ich auch sehr sehr dankbar dass ich diesen tipp bekommen habe dankeschön hierfür noch mal ja und wenn die bildschirme gleich groß sein sollten dann könntet ihr theoretisch auch noch alt und enter drücken dann geht das ganze in den fenstermodus rein und dann könnt ihr das ganze verschieben das war jetzt nur noch mal kurz so in eigener sache weil ich persönlich fand es jetzt sehr wichtig zu wissen und vielleicht gerade jemand zu ja der hat das gleiche problem vielleicht hat oder mal kriegt und dann wisst ihr direkt bescheid ja ich habe etwas angst und ich sehe gerade ich habe jetzt hier noch meine zettel liegen weil ich ja immer mit der maus spielen das heißt ich muss hier wieder alles verschieben so wir starten jetzt erst mal das spiel ich habe gar keine ahnung mehr wo wir hängen geblieben sind bei level 6 so peinlich peinlich aber gut es war jetzt nicht ganz mein fehler ich kam ja nicht mehr weiter das ist übrigens auch gefixt worden das werden wir dann gleich mal ausprobieren jetzt hätte ich gerade fast auf skip level gedrückt dass wir nicht gut gewesen das muss ich aber mal eben ach so genau a und d war das ganze genau das verspringen okay ja dankeschön wobei ich sagen muss dass es jetzt doch ein bisschen leise ist aber ich von hier aus jetzt gerade nicht mehr einstellen kann nein ja ich will immer mit der linken seite laufen ich gibt es ja zu ich weiß gar nicht mal wo wir hin müssen wir sind ganz nach rechts oder ach das war das ja 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 okay so was ist das batterie untersteh dich ja noch ein stück noch ein stück noch ein stück ich sehe das ding oben gar nicht bin ich da jetzt richtig so gut das weiß ich gar nicht darauf kam ich meine ich nicht nur ich glaube da kam ich nicht drauf dann gehen jetzt erst mal nach rechts weiter so nein ich weiß nicht warum ich jetzt gerade die abwehr gedrückt habe keine ahnung auch lauf woanders hin bloß ich bin ganz weit weg du siehst mich nicht ja sehr schön okay nein die weg so das war fertig ich habe es mir jetzt tatsächlich sehr leise eingestellt ich höre es jetzt gar nicht mehr nach dem level ich habe es vergessen nach dem level werde ich das noch mal ändern ich habe doch doppelt sprung gemacht komme ich da jetzt nicht mehr hoch okay gewicke 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 ach so das war das wo ich hier nehmen moment das war das genau ich habe schon gar nichts mehr im kopf hier gerade das könnte man jetzt auch falsch verstehen ich weiß so da müssen wir noch da oben nein du sollst du doppelt sprung machen so sieht das rüber man soll es jetzt so darüber schieben können unsere batterie ist wieder kommen damit wir nicht so lange warten müssen nutzen wir das mal so wo man jetzt da waren wir vorher nicht nur genau so ab nein ich mag dich nicht die weg sind wir denn hier bei den ninjas oder was er hat doch nicht die ganzen sterne auf mich drauf müsste ich theoretisch beide weg machen ich will jetzt nicht zu viel kaputt machen das ist gerade mein problem die anderen kommen dann aber wahrscheinlich auch mit da drunter so jetzt habe ich irgendwo was bekommen ich schon mal ah ja perfekt dann nehme ich das mit rüber und ich wollte gerade sagen und bin zu blöd um es zu benutzen aber es klappt warum habt ihr jetzt zwei hingestellt das finde ich überhaupt nicht lustig sterbt ihr räudigen schnecken viecher so müssen wir da hoch wenn wir es müssen können wir es nicht mehr ach nee okay dann da oben ist was gelbes okay hätten wir nicht warum musst du mal auftauchen ich will dich immer erschießen kann man in erschießen nein schade hier schreck mich jedes mal wenn dieser komische roboter am ende kommen so sehr schön so ich taste mich mal ein bisschen ran ich habe es jetzt auf fünf gestellt ich befürchte aber dass das immer noch zu niedrig ist weil ich ja man kann sich ja gut er spricht sowieso englisch you are too weak go shopping ja es wäre schön aber ich habe moment wieso habe ich jetzt gar nichts ach nee das ist vom level ich habe gerade schon gedacht meine ganzen sachen werden hier weg nein ich fall da nicht noch mal drauf rein also ich fall da wahrscheinlich noch sehr oft drauf rein aber jetzt auf jeden fall nicht so die frage ist ich glaube wir müssen nach oben oder und die nächste frage wäre flackert das bild jetzt auch bei euch in der aufnahme oder ist das gerade mein monitor der hier gerade spinnt was ich nicht hoffe eine schraube ach das sind minen och ihr dreck säcke ehrlich und das meine ich nicht im negativen sinne oh ich glaube das war jetzt dumm ach die ist weg okay dreh dich um dreh dich um was war das okay gut schraube haben wir auch das ist schön das fällt mir jetzt nachdem ich die schraube gefunden habe gerade auf das hier grüner fein ist der nach oben zeigt ach ich denke das ding auch ich dachte das ding ist was böses schiebt mich das nach oben das schiebt mich natürlich nicht nach oben sondern das lässt mich nach oben fliegen so ach so das auch okay perfekt ja der hält jetzt aber nicht gut an hier das ist gemein wieso springe ich mit dem also es tut mir leid ich drücke irgendwie immer noch die falschen tasten die ganze zeit ich bin so ein kleiner tastenlegastemiker irgendwie nein spring äh was ist ein schick achso das meinen die mit flagge ah was passiert eigentlich wenn ich mich da drunter oh oh jetzt geht das ding nicht mehr hoch habe ich das jetzt kaputt gemacht bist nein ich wollte eigentlich laufen und dann springen aber ist okay nein ich hab's geahnt ich hab's geahnt ich hab's geahnt ich hab's geahnt boah so was haben wir jetzt hier keine ahnung aber wenigstens äh da können wir hin da können wir hin da ist eine batterie ah ich hab noch keine ahnung wo ich jetzt überhaupt hin muss Moment ähm das hat doch bestimmt irgendeine bewandtnis dass das ding hier steht oder das kann man kaputt machen achso damit er wieder nach oben fliegt vielleicht vielleicht auch nicht damit er nach oben fliegt oder damit er nach unten fällt na toll ähm der kommt aber auch nicht mehr hoch muss ich da jetzt einen doppelsprung machen ich muss doch jetzt wieder zurück oder oh oh hallo nicht wegmachen wie komm ich denn da unten jetzt ich kann die dinger kann ich ja nicht zerstören ne da komm ich also gar nicht unten hin die frage ist jetzt was ist denn mit dem hier warum kann ich hier nichts mit machen ich kann das verschieben aber das bringt mir ja nichts ne ich will wieder nach unten ich will wieder zurück ne ich hab gerade ehrlich gesagt keine ahnung wo ich hin muss uuh pfff äh warum bin ich jetzt hier? Moment das ist hier wieder dieser Roboter hinter dem ich wieder sauber machen muss sag mal könnt ihr eure Köttel nicht woanders hinlegen? das sind ich weiß gar nicht mehr ob man die jetzt überhaupt kaputt machen konnte ähm das ist fies okay man kann sie kaputt machen es ist nur schade dass die nicht von den Explosionen kaputt gehen ja komm komm explodiert explodiert ah jetzt komm ich weiter okay oh der schon wieder ich erschrecke mich immer noch ich weiß auch nicht warum sooo sehr schön neuer ja logisch dass ich einen neuen Rekord habe weil ich das erste Mal in dem Level bin oh ne es ist früh am Morgen und ich hab heute irgendwie äh Moment wie mach ich jetzt weiter damit ne? halt stopp kann ich jetzt? ich kann immer noch nichts einkaufen oder? 186 von denen nein das ist übrigens der Button wo man wieder in die Settings reinkommt ich wollte aber eigentlich da rein sooo das war noch die mit 186 oder? das sind doch die Bytes weil mehr Leben Moment was kann man machen? mehr Leben die Batterie ähm also ich würde sagen mehr Leben weil ich hab's also zumindest jetzt am Anfang ich weiß nicht wie es jetzt später sein wird ja ich kann endlich mal updaten jaaa ich bin happy I'm so happy I'm so happy sooo Change Equipment weiß ich noch nicht ähm ne Moment wie war das jetzt? ich muss das hier drüber erstmal kaufen, ne? sooo ich kann Defense nein Defense nein ich will irgendwas Waffe Energiekosten Energiekosten Minus 2 aber das ist den kann ich nicht werfen oder? ich bin mir nicht sicher ähm Schaden 0,5 Cooldown Minus 0,5 also Minus 2 0,5 Minus 0,5 ähm ich kann's nicht wirklich vergleichen äh es kann natürlich auch sein es kann natürlich auch sein, dass der das jetzt direkt vergleicht dass er sagt, dass die Kosten geringer sind aber der Schaden etwas höher und der Cooldown ein bisschen achso hier ach ich bin so blöd also Blitzherz 4, äh 4,1 1,5 4 ja, ja, ja 1,5 der macht direkt die Unterschiede da rein also ich hoffe mal, dass ich mit dem Speer bin mir nicht sicher ob das jetzt eine gute Idee ist, was ich hier mache ehrlich gesagt aber gut wir probieren es mal aus ja, einmal wechseln bitte so einmal den Speer wir probieren es einfach mal eine Runde aus wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht beziehungsweise wenn es nicht so viel Schaden macht ich vermute leider, dass wir dann Nahkampfschaden machen dass wir dann näher rangehen müssen aber ich weiß es nicht genau achso, ich habe immer noch die Maus in der Hand warum sagt mir das keiner? Moment, wenn ich jetzt... ah ja, 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 das ist Nahkampf oh, das ist natürlich schlecht, wenn ich davor stehe kann ich dir vielleicht so in den Hintern pieksen oder so aber das dauert auch sehr lange, ne? ah, ich hätte das nicht damit machen sollen ich werde wahrscheinlich sowas von im Arsch sein nach dieser Runde beziehungsweise in dieser Runde so, muss ich hoch oder muss ich nach rechts? Moment, achso man sollte vielleicht den Pfeilen folgen, ne? die Pfeile... ah, pfff das war so klar wartet doch mal auf einen alten Roboter wie mich mein Gott nach links ich sollte öfter auf die Pfeile achten ja, ich gebe es ja zu ich laufe hier einfach durch das Level oh, Bonsalbäumchen ich liebe Bonsalbäumchen kann ich mir ein paar einpacken? ähm habt ihr sie noch alle? nein! oh, ah! pfff hä? da unten ist aber auch noch was da unten ist eine Schraube oh, ihr habt sie doch nicht mal hallo? nein! nein! wie komme ich denn da runter? mit dem rechten wahrscheinlich, oder? oder? ich werde sterben bevor ich da irgendwo... oh, oder? oder so ach, da komme ich nicht... wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? nein! fuke! oh! ihr seid gemein, habe ich das schon mal gesagt? äh... und das jetzt mit Nakamschan? äh... ich habe es ja so gewollt das heißt, ich habe es nicht so gewollt ich hatte gehofft, dass man den Speer irgendwie werfen kann leider ist der nicht so ah! aber die gehen mit einem Schlag kaputt das ist schon mal schön ähm... wo gehen die Strahle? oh... euer Ernst, euer Ernst, euer Ernst! äh... ich habe doch ein halbes Leben! nein! den kann ich nicht im Nahkampf machen, der ist scheiße! nein! ich habe doch gedrückt! boah, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war mit dem Speer Moment, wir gehen nochmal eben zum... ähm... wir gehen nochmal... nein, 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 ich will nicht kaufen äh... äh... ich glaube, wir ändern das doch nochmal Heavy Speer ich hätte vielleicht wirklich auf andere Sachen warten sollen oh Gott! ich meine, eigentlich wäre es ja nicht so schlecht gelaufen wenn ich da nicht so voll verblödet in diese... in diese Strahle reingelaufen wäre oh Gott, was macht ihr hier mit mir? ehrlich ok... ja, halt die Klappe! so... ich bin sauer! oder traurig! oder beides! oder alles zusammen! halt stopp! so... auf ein neues! jetzt weiß ich, was mich erwartet was aber nicht heißt, dass es besser laufen wird ah... so, Moment erst mal... oh... nein, erst mal der und der oh... scheiße! ich würde die Schraube am liebsten liegen lassen, ganz ehrlich nein! und ich laufe da auch noch genau durch und schon wieder nur noch ein Rest leben boah... ist das euer Ernst? also mit Laser kann ich gar nicht so wie es aussieht naja, das ist super doof ich dachte, ich kann jetzt so ein bisschen tricksen das ist extra so gemacht, dass man das nicht kann das ist fies bin ich ganz ehrlich, das ist richtig fies ah... Timing ist wichtig, okay ja... und schon haben wir wieder das gleiche Ausgangsstadion ich liebe es Typ kommt hier nicht rum, glaube ich wenn ich hier nicht stehe, oder? äh... nein! ach da darf man auch nicht draufstehen! ach komm! ich glaube ich werde nie über dieses Level drüber kommen konntet ihr die Laserstrahlen nicht irgendwie so in Level 40 oder sowas unterbringen? oh mein Gott nein! nein! boah, es ist heute nicht mein Robotertag irgendwie ich weiß auch nicht so ja, halt die Klappe! ich muss mich konzentrieren ach nein, nein, nein lauf doch nicht überall zwischen ja, das war so klar und natürlich springe ich da wieder voll rein! natürlich! so, Trick 17 wehe, ihr ändert das! dass man das nicht mehr machen kann dann werde ich böse so das Timing ist wichtig ich habe kein Timing oh nein, nicht da runter springen ah ok achso, ich kann da gar nicht hin Moment ok was genau hat mir das jetzt gebracht? oh, ich dachte gerade die gehen in meine Richtung Moment, unten ist jetzt so ein Ding gekommen das Problem ist ich werde da jetzt hochgeschleudert, wenn ich da rumlaufe, oder? wo ist denn jetzt noch was gekommen hier? weiter kann man das nicht stellen das heißt theoretisch da komme ich gar nicht mehr rüber oh oh ich bin zu groß und zu dick ich komme nicht mehr rüber ja, aber was bringt mir das denn nein was bringt mir das denn wenn ich da oh oh Schock Schock oh pfff ich kriege hier irgendwann einen Herzinfarkt bei dem Spiel nein 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 ich will zurück ich konnte nicht alles einsammeln Leute ernsthaft kommt der nochmal zurück? war das so ein großer? ich konnte ihn jetzt gerade nicht so richtig sehen auf die Schnelle boah, ist nicht euer Ernst, oder? oh, geh da drauf! nein oh jetzt überfährt mich dieser Mistkerl auch noch boah, ist nicht dein Ernst also ich muss warten bis der wieder auf der anderen Seite ist aber es dauert sehr lange das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut ich sag ja, dieses Level wird mein Ende werden, glaube ich oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde hmm nein, diesmal falle ich nicht drauf rein haha so jetzt habe ich den Anfang geschafft jetzt muss ich den ganzen Mist nochmal machen das ist nicht das ist echt nicht euer Ernst ah ah geh doch da hin, Mann na, oh, dass man da nicht drauf kommt, das ist also da komme ich nicht durch, ohne irgendwie zwei Leben zu verlieren, oder so das ist echt das ist gerade mal das ist nicht mein Ding hier, irgendwie diese Ecke so 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 dass ich da oben nicht hängen bleibe, da bin ich ja schon sehr froh drüber puh nein nein ach okay achso, da komme ich ja nicht ja, ja, ja okay so, ich weiß aber immer noch nicht so genau, was dieses zweite mir jetzt eigentlich bringt da oben ist eine Schraube nein nein, ich komme nicht mehr hoch so aber ich meine, eigentlich wäre das ganz gut gewesen kann man das? ne, damit kann man es nicht wegboxen ach oh die habe ich glaube ich beim ersten Mal nicht gesehen weil ich so schnell runtergefallen bin so da hätte ich jetzt wahrscheinlich mega schnell sein müssen und direkt drauf springen müssen oh wenn ich da überhaupt drauf komme wenn ich daneben springe, dann habe ich verkackt, fürchte ich dann komme ich nie wieder da hoch oh, ich werde jetzt aber trotzdem auf Sicherheit gehen ich werde jetzt erstmal warten, bis der wieder hier ist das ist ähm nun stehe ich hier und singe aber es kommt kein Roboter von nah und fern meine Stimme ist so schrecklich nein, wieso? Roboter, ich habe dich doch lieb wieso gehst du so weit weg? jetzt müssen wir noch warten, bis der wieder hier ist und der macht ja auch noch diese Minen sehe ich jetzt gerade oder oh, ihr seid aber auch ach so richtige boah na komm komm es gibt auch lecker Schräubchen zum Essen süßer Roboter nein, 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 nein geh drauf ich dachte irgendwie ich konnte da oben draufstehen ich weiß auch nicht genau warum ja, nein, es ist nicht das Ende doch, es ist das Ende ich war noch nie so glücklich dich zu sehen ja, hier, danke ja, ich habe es geschafft dass ich mich jemals darüber freuen würde, dass ich ein Level beendet habe also so darüber freuen würde oh mein Gott ach okay ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, dass wir ja, ich habe gar nicht so viel gemacht, oder? ich habe jetzt nur zwei Level gemacht, kann das sein? wir haben ne, drei? ja, ne, neun haben wir ja noch nicht gemacht ne, bei sechs haben wir glaube ich angefangen, ne? also viel habe ich nicht geschafft heute aber meine Uhr zeigt mir an, dass ich jetzt schon bei knapp einer halben Stunde bin deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ich erstmal meine, meine Herz an ich kann nicht mehr reden gerade meine Herzattacken, Anfälle hier ein bisschen runterschrauben kann und ja, ich kann euch nur davor warnen, dieses Spiel zu spielen also ihr werdet fluchen, ihr werdet schreien, ihr werdet sauer sein, glücklich sein und wahrscheinlich die ein oder andere Herzattacke bekommen aber es macht auf jeden Fall bisher großen Spaß und ich finde es zumindest gut, dass ich bisher noch alles geschafft habe ich will jetzt nicht sagen, dass ich das in nächster Zeit auch noch schaffen werde bis 14 geht das Ganze, ja, müssen wir mal gucken je nachdem wie gut oder schlecht ich durchkomme, werden wir noch ein oder zwei Folgen auf jeden Fall machen ich befürchte eher, dass es zwei Folgen werden bis wir da bis zum Ende kommen und danach bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob ich den Rest schaffe ich werde es auf jeden Fall auch nochmal aufnehmen aber wenn es so gar nicht funktioniert, dann, ja, müssen wir mal schauen weil ich habe schon gehört, ab Level 15 soll es dann wohl anfangen, richtig schwer zu werden und ich bin mega froh, dass ich zumindest noch mal ein Leben dazu kaufen konnte ich muss mal eben gucken, aber ich werde wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht genug haben für ein neues Leben 500 Biles bitte was oh Gott, okay, ich sage schon gar nichts mehr ich gehe hier mal wieder raus oh je, oh je, wie ich die jemals kriegen soll, ich habe keine Ahnung ja, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt oder, ja, ob es euch auch gefallen könnte und könnt auch gerne was anderes reinschreiben, was Nettes das bleibt euch überlassen ich sage mal einfach, bis zur nächsten Folge Ciao! Ciao!